Über den Wolken Bei Battlefield, im Flugzeug, mit den üblichen Verdächtigen Ganz genau Oh, es sind nur 57 dabei diesmal, statt 64 Ja, das gewinnen wir das Ding Jetzt müssen wir es aber auch mal reißen hier, wollen wir da rechts hin, ja? Ja Markiere ich auch da Dann da mal raus, ne? Ja, dann mal raus aus der Bude Zu den Hansen gehüften Hansen, Hansen Vollgas ins Verderben oder Vollgas zum Sieg? Bitte nicht Bin auf jeden Fall nicht alleine Das sehe ich wohl, also ins Verderben Ja, vermutlich Wir sollten wohl zusammen bleiben Aber die trennen sich ein bisschen, ne? Die sind ein bisschen aufgesplattet Einer rechts, einer mitten im Dorf Und die anderen beiden vorm Dorf Ja Toll, wo lande ich? Von der mickrigsten Hütte, die es in der Gegend hier gibt Ich brauche ne Gun, ich brauche ne Gun Ich brauche ne Gun Ich habe ne Gun Ich auch Zwei sogar Von mir war auf jeden Fall Werber das in... 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 In dem Wald gelaufen Das ist... Richtig so Richtig so Also ich... Hier fahrer bisschen jetzt belaufen Okay Lass jetzt nicht hinterher Sollte ich auch nicht machen Hinten wo der grüne ist, da waren auf jeden Fall nochmal ein oder zwei mit runter gegangen Okay Okay Oh, Entschuldigung Das war ich Oh, das ist doch sehr gut Guck mal was ich hier habe Was ist denn? Ich hole uns mal was hier vom Himmel Oh, ich habe ein Fahrzeug besorgt Ich habe uns ein Fahrzeug besorgt Das ist schön Ne, ich habe zur Zeit äh... SMG und... Für ähm... Für ähm... AR Okay, ich habe ähm... SMG ist das nicht Ah, das ist... AR AR und Shotgun habe ich So, unser kleines Fahrzeug ist da Hier ist auch ein Medium Armor bei mir Ich komme erst mal mit dem Fahrzeug zu dir gefahren Nicht dass sie irgendjemand noch mitnimmt ey Ich höre Ja Ja Liegt hier drinnen Ich habe noch eine Panzerung in die Scheiße Oh, dass du die nicht ausrüsten kannst Ja, die meine ich ja Ah, was geht denn jetzt ab? Oh ja, Gegner bei mir Hab ich Hast du beide los? Ne, ich habe nur einen Oh, hast du noch gefinisht Jo Oh, K98 nehme ich natürlich mit hier Versuch ich die Snipermonie nicht mitnehmen Ich weiß nicht Ich habe eine Versorgungskapsel rufen lassen Warte mal Ich muss mal ganz kurz Ja, lass die Zeit Das ist das, das ist das Ich schmeiße mir mal draus Gegner Bei 155 155 Ungefähr, ja Ich brauche jetzt wieder SMG Habe ich da hingeschmissen Wo ich den angetötet habe Glaube ich zumindest Ich komme nicht über den kleinen Hügel Geht nicht, musste ich durch die Brücke laufen Ja, hast du Hier ist keiner Da war auf jeden Fall gerade einer Ah, okay, er ist down Medium Armor liegt hier auf jeden Fall Anti-Tank Fertgun Muni SMG Muni SMG Muni SMG Muni Ich habe noch gar keine Medikids Wir haben ein Fahrzeug aber noch Mh Mh Den brauche ich ja gar nicht Ja Hier liegen, hier liegen zwei Medikids im Haus Ja, ich habe jetzt äh vier Gut Erstmal gut Brauche auch Aeromunition unbedingt Achso, warte, warte Habe ich hier, nehme ich mit Sehr gut Kommst du mit dem Fahrzeug? Nee, das ist der andere Wow Hm, dass ich hier nochmal vorbeigelaufen bin Liegt noch mal die Sonne für mich Warte, 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 warte Bitte Jawohl Dankeschön Er kann nicht fahren Wollen wir da einsteigen? Wow Ja Bist du drinne? Jop. Genau. Alter, ist der Feuer so schnell. Oh ja. Haben wir es weit? Ja, okay, geht's. Ja. Man, ausgerechnet hier hoch mit dem Gerät, ey. Okay. Ja, ich laufe. Ich fahr noch ein Rundchen mit. Jetzt laufe ich auf. Oh, geht ja. Jetzt ohne es ja. Ja. Flinkend Fahrzeug betäuscht mich... Ne, Flugzeug Laura. Okay. Okay. Irgendwas zu sehen bei dir da vorne? Nee. Sein gar nichts. Liegt ein Gewehr, was für dich interessant sein könnte. Medium Armor liegt hier. Die habe ich. Nee, das Gewehr ist... Nee. In der Zone sind wir. Jawoll. Soll ich schon mal ein besseres Backpack? Ja. Medium Backpack liegt hier wieder. Nicht mehr. Hast du aufgehoben? Ne Das wird eine spannende Runde Die ganzen Bergen und hier Alle drum dran Ich sag's dir, hat noch keinen zu sehen Ich sag gar nicht Gute Hose hier Schuss hat ziemlich nahe gehört Ja Irgendwo von links würde ich sagen Also aus Norden Oh Ich sehe rein gar nichts Ich sehe rein gar nichts Und immerhin aber Zona sehr gut und wir müssen 20 in die Richtung kommen Ich halte mal so ein bisschen die hinter uns den Rücken frei so ein bisschen Oh ich sehe ein Oh ich sehe ein Oh jetzt 20 Da unten oder was Ja Sind zu zweit Oder ist da 120 gesagt Da 20 Ich hab 220 verstanden deswegen Achso Ja Ja Sind zu zweit auf jeden Fall Okay er guckt ja zu zweit der Gude und der Gerune gucken ja da in die Richtung Ich halte mal noch ein bisschen hinten Nicht dass wir überrascht werden von hinten Naja die müssen auf jeden fall zu uns kommen als die da vorne Ich bin dann feiten Ich muss sagen da sind aber noch mehr als die zwei Links von uns laufen auch welche bis 260 Ja 265 hat er grad geschrieben Vor mir sind zwei 340 Hinter uns scheint keiner zu kommen Ich komme jetzt nach vorne Oh au 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 Scheiße Das war ja mal nix Können wir unseren Team Kameranda wiederholen Weiß ich nicht Leider keine Rauchgranaten am Start Oh sind oben sind oben sind oben Werfgranaten Müsst ihr haben wir weg holt Nein mich auch scheiße sind sie ja schon da Nein Das liegt an dir Das liegt an dir Alter Naja Dann fallen auch wieder mit dieser lilanen Waffe Naja Wir haben natürlich schon einen riesen Vorteil Rang 3 immerhin Ja Schade 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 Wir hatten echt die erste Runde filmen müssen Ja ich saß dir Naja Dafür filmen wir auf jeden Fall die nächste Bis dahin Ciao 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 Ciao